Wir testen jetzt russische Süßigkeiten und bewerten sie von 1 bis 10. Kupobu. Oh, wo kann ich jetzt gehen? So sehen wir jetzt. Eine Kuh ist drauf. Ich gebe eine 9 von 10. Auch. Ich gebe 10 von 10. Ich liebe die. Pawelek. Eine wunderschöne 0. 0. Ich bin da nicht glücklich. Aber ich gebe auch so eine 5. 8. Buratino. Cheers. 10 von 10. Ich gebe auch 10 von 10. Ja, 10 von 10. 3 von 10. 5 von 10. Welches Land als nächstes?